81 Siretul Madi, Al-Ula Vergangenheit 1 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 Er schrieb einen Brief Er schrieb einen Brief Er schrieb einen Brief Er schrieb einen Brief. Er schrieb einen Brief. Und sie schrieb eine Karte. 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 Lesen. Er las eine Illustrierte. Er las eine Illustrierte. Und sie schrieb eine Karte. 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 Er schrieb eine Karte. Nehmen Nehmen Sie nahm ein Stück Schokolade. 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 Er war untreu, aber sie war treu. Er war untreu, aber sie war treu. Er war untreu, aber sie war treu. Er war faul, aber sie war fleißig. 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 Er war arm, aber sie war reich. 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 Er hatte kein Geld, sondern Schulden. 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 Er hatte keinen Erfolg, sondern Misserfolg. Er hatte keinen Erfolg, sondern Misserfolg. Er hatte keinen Erfolg, sondern Misserfolg. Er war nicht zufrieden, sondern unzufrieden. 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 Er war nicht glücklich, sondern unzufrieden. Er war nicht glücklich, sondern unzufrieden. Er war nicht zufrieden, sondern unzufrieden. Er war nicht zufrieden, sondern unzufrieden. Er war nicht sympathisch, sondern unsympathisch. Er war nicht sympathisch, sondern unsympathisch. Er war nicht sympathisch, sondern unsympathisch. Er war nicht sympathisch, sondern unsympathisch.